hallo liebe tiefste freunde zu der neuen ausgabe von punch club ja hier müssen wir mit don wieder reden aber ich werde dann ich muss die ultimate league beenden verstehe 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 ok dann müssen wir leider wieder anderweitig geld verdienen dafür fahren nach hause wenn uns so blöden mal reinpfeifen genau tiefkühl gedingster so und dann werden wir mal kurz hier trainieren jetzt gehen wir weiter so so lange zweiter wir kämpfen ja dann würde ich sagen los geht's oder genau so mal schauen, bisschen mal raus, wir nehmen mal den Flipkick rein, beim schauen, ob er was bringt. Oh ja, oh ja. Genau, so geht das. Dann geht es da weiter, warte mal, ich muss einen Riegel reinschieben. Ja, da geht es weiter. Wir gehen kurz auf Arbeit. Stopp. Genau. Nach Hause. Einmal essen, einmal schlafen. So halt, Anfängerliga. Wir müssen erst noch ein bisschen trainieren und dann geht es hier mit der Ultimate Liga weiter. Dann müssen wir unbedingt gewinnen. Das wäre natürlich super, wenn wir da weiterkommen würden. Eigentlich glaube ich, ein Kampf fehlt noch. Ja. 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 gut dann mal schauen einmal essen noch sondern schon mal was wir hier aber schaffen gegen die beiden vögel hier der block wird so viel geht doch Komm. Nochmal. Yes. Geht doch. Mann. Talente. Ich nehme den Roundhouse Kick. Oh, das hätte man auch noch nehmen können. Das würde nicht höher als neun sein. Oh, da hinten ist ein zweiter. Interessant. So, wir müssen weitermachen mit... Achso, ist die Frage. Moment. Na, ein Kampf fehlt doch. Wir hauen jetzt doch so ein Getränk rein. Ich muss jetzt unbedingt trainieren. Dass wir da nicht jetzt absacken. Okay. Okay. Dann tribe. Okay. So kann ich diese schildkröte jetzt mal schildkröte diesen komischen ja ich weiß was ich meine diese krokodil typen da mal beseitigen pizza bestellen ich kann die pizze essen bringt aber nicht viel ich will die speziale haben genau ich habe die gewürzte so mein freund um um Das war's auch. wiederkommen jetzt geht auch wieder was wenig auf der liste noch einer das leute ja das ist seltsam wir machen wir hier weiter ich werde kämpfen heute aber zuerst noch ein bisschen trainieren hier ist die geschichte hier geht es weiter jetzt muss ich dann gabe besiegen ich muss die rote zone erreichen ja wird noch ein bisschen stressig werden hier aber das nervig ein bisschen dass ich den fluffy nicht rechnen konnte so zu fuß dann gibt es hier was zu essen wenn wir hier mal kurz einkaufen gehen ja dann fahren wir zurück das müsste reichen um das 11 glaube ich zu halten das level 11 weiter schlafen ganz schade man muss kämpfen dann kämpfe ich heute mal war gegen den kikuse ja das wird doch hier möglich sein oder das 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 geht oder so genau sehr gut ganz kurz schauen wir jetzt noch ein bisschen weiter weg hier talente nehmen wir den kühlen kopf und zwar hier wir schieben uns mal schnell einen riegel rein geht es hier machen hier weiter und zwar jetzt brauche ich den hier so ne den brauche ich genau dann wir mal hier weiter machen mal nach hause essen 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 rufe kämpfe genau da muss ich weitermachen und zwar die schlecht damit lustig rufe 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 was ändern wir haben die rote zone erreicht oder kann das sein fast fast die rote zone erreicht das läuft langsam wieder finde ich super ja wenn es euch gefallen hat dann einen daumen da lassen wenn wir wissen ob das weitergeht dann ein abo und dann verpasst ihr keine folge mehr von punch club an dieser stelle sage ich vielen dank bis zum nächsten mal